nachher so ist das normal oh mann ehrlich rohrbombin mollos ich muss mich schon mal ein wieder weil sie durch die scheiß boomer kostet alle reingekommen sind oh armer junge die waffe habe ich ich bin jetzt einzeln mit medi noch ok wir sind im partner look wir beide mit einer schotty und ihr beide mit der compact jubba go 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 lauf 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 räumt das gebäude jungs räumt das gebäude spezialeinsatz tötet alle patienten hier lang achja da hoch jetzt ist es nein du hast mich runtergekickt mir doch egal bam er warte bleibt da bleibt da bleibt da da bleibt noch da ich komme jetzt wegen dir und schießt mir nicht meinen rücken mach ich doch gar nicht wie kommt der kleine fette nein ich kenne das level vom multiplayer ja komm schon hier oben sind muddys hier oben ist muddys und medipacks wir müssen uns für irgendwas vorbereiten hier oben dann müssen wir auch weil er kommt und medipack scheiße ich muss mich beeilen bevor ihn bevor louis noch kommt nein also also sagt dann das bereits wenn du an obendran bist ja ja warte mach ruhig sitzt dran ok 15 minuten was in 15 minuten kommt das nein doch wenn ihr müsst eigentlich ein tank kommen oder sowas wird er auch deswegen soll es dann was sollen gehen eigentlich lasst doch erstmal wenn ihr ein paar monster kommen ist das uninteressant dann muss richtig was fettes kommen weißt du ob ich da jetzt nicht drangegangen wäre für so kleinen pillepal brauche ich nicht das ding anschmeißen ich muss eine waffe nachladen sorry ich bin ja egal ja einander ich bin weiterlaufen ich fahre dich fahre dich und sie noch nicht ja du gehst immer noch rüber ist klar das sind da vorne schon wieder wo sei was denn ich komme alle zeug wenn man nicht wieder mehr kommt was klar hatte ich mir auch noch eine obwohl ich habe meine in der tasche ich kann das ding ich wusste es ich kann mit dem ding nicht so weit rumdrehen das war aber vorher schon klar ach leck mich doch ich glaube da hat er voll weg genockt das problem ist guck mal hier du kannst du bist hier drin und da kam der charger hat der tank ich habe schon mal aufbereitet ich habe schon mal aufbereitet weil die kommen nämlich gleich versuch mir die rücken gleich zu halten naja das hätten wir uns vorher absprechen soll am besten das wäre jetzt ein bisschen blöd ach wie weit der jockey geflogen ist aber manchmal fliegen die ganz schön das stimmt ja ja ich habe doch die kack knarre ja das hier mehr kurz darauf ja ja das blöd ey der kattentie waffe mitgenommen du musst mal gehalten mache ich gerade sehe ich gerade die ist aber irgendwo ein jockey ja das ist schon gut alles klar danke bitte haben die da unten gelabert eben? ne das sind 10 minuten wow leck mich am Arsch ehrlich ich komm hier nicht hoch schade oh hier kommt Bomber das war wie die irren wieder drauf pfeffern ja und die letzte Rohrbombe hier hinten da drüben ist was mehr sind da nicht mehr sind da nicht auf den anderen Dach dazu sind alles Molotow Cocktails weißt was ich mache? gar nicht doch weißt was nämlich hier ist? was denn? was ist da? Banatwerfer achso ja wieso nicht ja war ein kleiner Schutz für dich eben das Problem ist Luis könnte man nicht mit der Herr ja und lass ihn doch nur weil dein Schutzling Bill weg ist ja weil er runtergekriegt wurde wow das Ding kann man echt nicht drehen deswegen ja muss er jetzt kannst du ich muss immer aufpassen dass das Ding nicht so heiß wird nein rot ist gut rot ist gut ja er kommt hier hoch ne ja ja der kommt pass auf der kommt tot gute Arbeit hey gute Schuss Hosa 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 hier hinten ist der Schuss ja warte der kommt der Heli kommt aber hinten bei uns hin oder nicht ja hinten der kommt schnell 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 einfach renn wow klappt es und jetzt renner 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 Luis aber Luis ja egal das hat nichts mehr genutzt ja das hat nichts mehr genutzt und da war eben noch Tank hast du gesehen? ja das ist geil meine Güte ey Bill ist aber auch geflogen durch den Schaden hab ich gesehen oder war das durch den Tank? ja ich war glaube wohl er durch den Tank und außerdem war Luis zuerst bei mir irgendwie sind es halt zum Gedenken an Phil und Luis beide KI sind verreckt oh egal war aber geil das das war auf jeden Fall geil ja das hat Spaß gemacht das stimmt wir haben jetzt leider nur 29 Minuten durch diesen Neustart die wir machen möchten naja egal sorry Leute aber kann man ja nichts dafür ne sagen wir ja nix ist ja alles okay 7 Rohrbomben hab ich weggehauen boah ja das war auch ey die Levels die sind jetzt das eine fand ich jetzt das erste fand ich jetzt nicht so aber das hier das war auf jeden Fall gut gelegt mhm 4 Hanter Boomer 4 ja würde ganz anders stehen boah Cha Cha Bill alter 4 Jockeys hab ich weggehauen ja das wär schon was anderes aber na gut können wir leider nix für das einmal der Server abgekackt ist aber naja ja kann man nix machen hat am wenigsten Verbünde getroffen ist klar Bill und Luis mhm wir beide haben jeweils eine Witch gekillt na ist doch gut ja Kopfschüsse 5% bei mir genau ich kann 99% boah ah ja geht ja tausend für sohn sich von mir fallen bei dieser Filmproduktion verletzt werden eigentlich mehr aber ja bestimmt an die 2 auf jeden Fall ja naja kann man leider nix machen jo Leute und damit würde ich sagen bis zum nächsten Mal bei Left 4 Dead 2 tschüss 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 tschüss